hallo meine lieben herzlich willkommen schön dass ihr eingeschaltet habt ja und zwar ist die pink box heute gekommen und zwar ja die pink box so schaut die aus ist sehr sehr schön die aufmachen finde ich und ja so na dann schauen wir mal was da alles drin ist reichlich gefüllt und hier so herzgebel drauf ja mal schauen wir mal ach ich brauche mein handy genau den code einscannen so schaut dann das kärtchen aus wo dabei ist okay dann guck mal dann sehe ich ja schon ganz tolles zum naschen amicelli sind ja sehr sehr lecker diese dinge wow die mag ich das bestimmt das goodie oh wow mag ich sehr dann als zweites haben wir einen pinsel fanbrush genau für highlightleiter und so sehr sehr schön von fräulein b a kenne ich gar nicht sehr schön pinsel gehen immer kann man immer gebrauchen hier haben wir ein familie niland aqua alkohol lifestyle parfums ok ah nie haaren haar parfum für duftendes und gepflegtes haar ein haar parfum von nie haaren wie sagt man was nie haaren ist auch eine youtuberin so sagen wir mal das duftet mein haar ist ja duftes äh speicherdings ne wofür dürfte äh kannst du auch dein lieblings parfum praktisch ins haar sprühen ne ja sehr schön ja was anderes habe ich noch nicht gehabt dann haben wir hier schatzmomente badekugel mit stoffband ok ich habe keine badewanne das ist aber jetzt kommt weihnachten kann man was verschenken ne sehr schön ja dann haben wir oben von wettenwald ein kosmetik tischlein das mache ich mal auf wchen wchen bei wie so sorry für die unterbrechung jetzt, ja, das ist jetzt das schöne von Bettenweit ein schönes Schminkdäschlein ganz toll kann man was reintun für unterwegs sehr schöne Farbe, gefällt mir ja, dann haben wir drin ein Lip Pad Mask Intensivkist Lippenmaske mit Hyaluron und Rosenmasser Beauty ok, sehr schön eine Lippenmaske ok, wird ausprobiert obwohl ich verspreche mir immer nicht so viel davon, aber ja, ok wird probiert so ja, dann haben wir hier hätte ich fast nicht gesehen, hätte ich fast weggeschließen so ein ganz kleines Ding und das scheint ein Highlighter zu sein da macht das Ding wieder alle Ehre das Glowgirl ja und zwar ist das von C.A.T. Glow 2 Highlighter Illuminating das ist ja kleiner, aber das ist ja auch egal 1,5 Gramm hat der das ist sehr hübsch und Highlighter gehen ja immer noch bei mir jedenfalls bei mir gehen Highlighter immer so jetzt muss ich den erstmal raus pulen da aus dem Dings da so sehr schön so ein kleines süßes Highlighter ja und oh ja der ist sehr hübsch sehr hübsch sehr hübsch Moondast ja ja seht ihr das schön sehr hübsch ja ich habe heute auch einen Highlighter drauf ich habe immer Highlighter drauf ja für mich ist es immer klar dass ich da Highlighter drauf tue ok sehr sehr schön das war die Bingbox für Dezember also die letzte dieses Jahr können wir ja nächstes Jahr ja meine Lieben dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschützsehen und dass ihr eingeschaltet habt und ja bis morgen dann bis zum Adventskalender tschüss meine Lieben